Die Herren vom Fernsehen sind da, um uns noch die App, mit der Sie meine Vorlesung beschleunigen können oder auch mal unterbrechen können. Die machen gerade noch ein paar Aufnahmen und ich möchte jetzt hier an dieser Stelle einfach weitermachen. Ich hoffe, Sie werden nicht allzu sehr irritiert von den Aufnahmen, das hört dann auch irgendwann auf und Sie können sich wieder ganz doll auf die Grundlagen der Informatik konzentrieren, so wie heute Vormittag, als wir über die variablen Deklarationen gesprochen haben. Ich bin nach der Vorlesung noch gefragt worden zum Thema Deklarationen, Speicher und Inhalt von Speicher. Deshalb nur noch mal ganz kurz zusammengefasst. Wir als Programmierer suchen uns Namen aus. Und wir können uns auch vorstellen, während des ganzen Programmablaufes, dass diese Namen für den Lagerplatz von unseren Daten das einzig Bestimmende sind. Ich habe über Adressen gesprochen, unten drunter kümmert sich der Compiler insbesondere darum, dass wir, wie hier auf diesem Bild zu sehen, Platz bekommen, richtigen realen Platz bekommen für die Daten. Ich habe dann über Literale gesprochen, das ist auch so ein Platz für Daten. Wir identifizieren die Literale, so wie wir es gewohnt sind, mit so einem Buchstaben, mit einer Zahl oder mit so einer Zahl. Tatsächlich ist es innen drin, auch wie der Speicherplatz, in dem diese Werte da stehen und der Compiler, der sorgt dafür, dass diese Werte benutzt werden, die da in diesen Speicherplätzen stehen. Wenn wir hier eine Einser hinschreiben oder hier eine 32 oder dieses 3,14 und noch ein paar weitere Stellen. Ich habe dann ein wenig über Typkonvertierung gesprochen und hier unten nochmal eine Warnung abgegeben. Es gibt explizite Typkonvertierungen, da schreiben wir hin, wann wir konvertieren, was wir haben wollen. Zum Beispiel hier oben wollen wir aus diesem N eine doppelt lange Floatingpoint-Zahl haben, gemacht bekommen. Denn der Compiler soll bitte dafür sorgen, dass dieses N zu einer 64-Bit-Floatingpoint-Zahl konvertiert wird. An dieser Stelle steht es explizit da, wir machen den Typecast. Manchmal wird es aber eben auch implizit gemacht. An dieser Stelle zum Beispiel, der Compiler weiß, das ist ein Integer, der Compiler weiß, das ist ein Float-Literal und er muss jetzt das hier abschneiden. und den Einser hier hineinschreiben. Die unterschiedlichen Darstellungen haben wir ja schon gesehen gehabt. Also implizite Typkonvertierung und insbesondere auch automatische Typkonvertierung. Wenn der Compiler nicht weiß, wie er was konvertieren soll, dann macht das nicht, sondern er gibt uns eine Fehlermeldung. Und da müssen wir in unserem Programm was ändern. Als nächstes, als nächste Eigenschaft der Variablen möchte ich die Gültigkeit erwähnen. Bisher habe ich Variable in der Funktion hineingeschrieben. Weiter vorne hatten wir das ja gemacht. Wo war es? Hier, da habe ich so eine Variable vereinbart, hier an dieser Stelle, in der Funktion. Und natürlich stellen wir uns vor, dass diese Variable auch nur so lange existiert, wie die Funktion existiert, läuft. Wenn Sie einen Funktionsaufruf hinschreiben, wenn also in Ihrem Programm irgendwo Square von 4 steht, dann wird dieses Stückchen Programm hier aufgerufen, hier wird die Multiplikation gemacht, die Zuweisung und die Resultatübergabe. Und dann ist wieder zu Ende. Diese Variable result, die lebt also nur wenige Mikrosekunden eigentlich, solange diese Funktion hier ausgeführt wird. Danach, wenn die Funktion beendet ist, wenn also dieses Return Result ausgeführt worden ist, wenn das, was in dieser Variable Result lag, zurückgegeben worden ist an dieser Stelle hier, dann geht auch dieser Speicherplatz wieder verloren. Der wird also in dem Augenblick, wo wir hier reinkommen, angelegt und in dem Augenblick, wo wir hier unten wieder rausgehen, wieder verworfene Platz. Und der ist nur gültig und sinnvoll, solange wir hier drin sind, hier an dieser Stelle. Und das habe ich versucht, hier auf dieser Folie, Gültigkeit der Variablen, nochmal zusammenzufassen. Also der Ort der Vereinbarung, wann wir die Variable deklarieren, ist entscheidend für die Lebensdauer der Variablen. Wenn es im ganzen Programm leben soll, dann müssen wir die Variable in der Main-Funktion als globale Variable vereinbaren. Oder sogar noch draußen davon, da gibt es auch noch einen Ort, wo man es vereinbaren kann. Wenn es in einem Block ist, dann ist es lokal für diesen Block. Also in der Funktion drin, wir werden auch noch ein paar andere Blöcke kennenlernen. Gerade in Funktionen nennt man es eine lokale Variable. Die lebt so lang, wie die Funktion aktiv ist und danach ist der Inhalt wieder weg. Es gibt noch eine Methode, wie man das länger leben lassen kann. Aber da müssen wir, hier unten, da steht das schon, aber da müssen wir erst noch ein bisschen mehr kennenlernen, bevor wir das vernünftig besprechen können. Also die Lebenszeit lokal in der Funktion, während wir diese Funktion aufgerufen haben, beziehungsweise während wir in diesem Block drin sind. global, während der Lebenszeit von unserem Programm, wenn wir unser Programm verlassen, ist es auch wieder weg. Static macht so eine lokale Variable permanent, aber zugreifen können wir trotzdem nur, wenn wir wieder die Funktion aufrufen. Das wollen wir aber später nochmal hier im Abschnitt Funktionen dann auch nochmal genauer besprechen. An dieser Stelle möchte ich mit den Fundamenten weitermachen, die es uns erlauben, dass wir ein bisschen was programmieren können, ein bisschen was Sinnvolles als Programm aufschreiben können. Und das sind zunächst mal, hier oben steht Operatoren, Ausdrücke, Anweisungen. Das ist das, was wir in der Formel sehen. Als allererstes. Ich habe hier mal drei Formeln hingeschrieben. Die Dreiecksfläche, wir nehmen an, ich habe eine Variable Dreiecksfläche deklariert. Die Dreiecksfläche ergibt sich zu, das, was in der variablen Grundfläche steht. Also der Compiler besorgt aus diesem Speicherplatz Grundlinie hier, das, was gerade drin steht, 17 oder 32 oder 3,7. Multipliziert das mit der Höhe und dividiert es durch 2. Dreiecksfläche eben, so wie wir die Formel gewöhnt sind. Man beachte übrigens, dass ich, weil ich es so mag, die Namen etwas ausführlicher hingeschrieben habe. Im Unterricht lernt man G mal H durch 2, aber ein bisschen deutlicher wollen wir es eigentlich in unseren Programmen schreiben. Oder die Kreisfläche ist auch so eine Formel. Und was wir hier sehen ist, Operatoren mal oder dividiert, ich habe jetzt leider kein Plus hingeschrieben, das hätte ich auch noch irgendwo hinschreiben müssen, und Minus. Und wir sehen Variablen, die miteinander mit diesen Operatoren verknüpft werden. Solche Dinger hier, mehrere Operatoren, Variablen, Literale zusammen, das nennt man Ausdruck. Die rechte Seite der Formel. Und dann gibt es noch eine Zuweisung hier. Das ist eine Anweisung. Das Ganze zusammen ergibt eine Anweisung. Oder hier, das Umfang ist gleich zweimal den Radius mal Pi. Von diesen Operatoren gibt es zwei Sorten. Die, die wir schon kennen, sowas wie Multiplikation, Division oder den Rest der ganzzahligen Division. Wenn man ein Integer durch ein anderes Integer dividiert, drei durch zwei dividiert, kommt eins als Rest raus. Oder bei fünf durch zwei kommt auch eins als Rest raus. Diese, ich habe hier übrigens auch noch eine Reihenfolge, wie die bewertet werden, was zuerst ausgeführt wird, hier in dieser Tabelle gleich drin. Also binäre Operatoren, die brauchen links und rechts eine Variable, beziehungsweise ein Literal. Hier habe ich links und rechts Variablen und hier zum Beispiel habe ich links und rechts ein Literal. Also links eine Variable und rechts ein Literal, Entschuldigung. Nachdem wir alle Multiplikationen ausgeführt haben, werden sowas wie Additionen ausgeführt oder Vergleichsoperationen, relationale Operatoren. Die sind auch zweistellig. Die Gleichheit, beziehungsweise Ungleichheit, ist auch ein Vergleich, ein Test, sagen wir lieber mal, von zwei Zahlen. Also auch wieder so ein Operatoren. Dann haben wir noch das logische Und, das logische Oder und hier unten Zuweisung. Im Gegensatz zu den zweistelligen gibt es auch einstellige Operatoren. Das sind die Vorzeichen. Wenn wir zum Beispiel dem Umfang, nur das Pi zuweisen wollen oder zweimal Pi oder sowas ähnliches und das mit dem Vorzeichen ändern wollen. Oder wenn wir eine Variable minus 5 zuweisen wollen, dann haben wir da die 5 als Literal und das Minus als Vorzeichen einen unähren, einen einstelligen Operator. Inkrementieren und dekrementieren. Daran muss man auch sprechen, wann das nützlich ist und wann das sinnvoll ist. Das habe ich hier. Der Adressoperator, den haben wir heute schon mal gesehen. Von der Variable die Adresse besorgen. Das Und hier. Und die Negation, also aus Wahr, Falsch machen. Hier drin diese Reihenfolge, das ist das, was stärker bindet als das unten. Über dieses Binden müssen wir an einer anderen Stelle nochmal sprechen. Und jetzt wollen wir mal solche Operatoren im Einsatz betrachten. Bei dem kleinen Algorithmus, den wir hier hatten, also den Euclidischen Algorithmus. Der Operator, den ich hier benutzen möchte, das ist das Prozentzeichen, der Rest der ganzzahligen Division. Und ich hatte ja hier in der grafischen Repräsentation des Algorithmus Rest berechnen als algorithmischen Schritt. Und das machen wir hier. An dieser Stelle Rest ergibt sich zu m dividiert durch n. Aber das Prozent liefert eben nicht den Quotienten, sondern den Rest der ganzzahligen Division. Falls dieser Rest ungleich Null ist, das ist wieder so ein zweistelliger Operator, einer rechts, einer links. Hier haben wir ein Literal rechts und eine Variable links. Das testet, ob dieser Rest, der da drin steht, der variablen Inhalt, ob das eine Null ist. Wenn es eine Null ist, dann kommt hier True raus und sonst kommt False raus. Weil das ein Ungleichtest ist, wenn das Null ist, dann modifiziere ich das, was ich gesagt habe, gleich nochmal, beziehungsweise ich korrigiere mich. Wir testen hier auf Ungleichheit. Wenn das also Null ist, dann kommt False raus und wenn es nicht Null ist, dann kommt True raus. Wenn es True ist, dann machen wir diese Zuweisung hier. N ergibt sich zu Rest. N in M reinstecken vorher, so wie wir das hier gesagt hatten. Wir hatten es auch im Pseudocode irgendwo mal hingeschrieben. Und das Ganze machen wir, solange der Rest größer Null ist. Wir haben also hier so einen binären Operator, so einen zweistelligen Operator. hier haben wir einen, hier haben wir einen und dann haben wir hier noch eine Zuweisung, hier noch eine Zuweisung und hier noch eine Zuweisung. Die Schleife hier, dieses Do While, das sagt nur, wir wollen das, was hier drin steht, so lange machen, wie das hier, wie diese Bedingung erfüllt ist. Wie also hier unten bei diesem Ausdruck einen größeren True rauskommt. Also jetzt habe ich hier ziemlich schnell, ich kann ja mal gucken, ob jemand es zu schnell gefunden hat. Nein. Ziemlich flott gleich ein Programm hingeschrieben. Mit diesen Operatoren, Operatoren und Variable zusammen haben dann eben Ausdrücke ergeben. Hier steht ein Ausdruck, das hier ist ein Ausdruck, das hier ist ein Ausdruck. Über das If und das Do While, da werden wir heute auch noch ein bisschen was sprechen. Aber das ist einfacher als das Konzept Variable, einfacher als das Konzept Ausdruck, dieses If und While und so weiter. Diese Vergleiche, ich habe da eben hier oben gesagt, an dieser Stelle und auch an dieser Stelle, die liefern null und die liefern ein True oder ein False. Technisch gesehen, abstrakt gesehen, für uns ist es so. Technisch gesehen, und das muss man an dieser Stelle sagen, ich bin versucht zu sagen, leider, technisch gesehen, produzieren die Nullen und Einsen als Ergebnis. Und wenn das Ergebnis angeschaut wird, dann wird Null als False interpretiert und alles, das ungleich Null ist, wird als True interpretiert, als wahr. Also das hier Rest größer Null, das ist fast immer, naja, solange das Ding läuft, ist das False, äh, ist das True und einmal ganz am Ende ist es False oder auch sowas da, der Test auf Ungleich. Intern innen drin, das ist jetzt was Technisches, wird zum Beispiel hier eine Subtraktion gemacht und wenn Null rauskommt, dann wäre es eben False. Das Gleich oder Ungleich, das hier ist der Test auf Gleichheit, das ist der Test auf Ungleichheit. Darum muss man sich ein bisschen gewöhnen, das ist für die Intuition nicht so toll, dass der Test auf Gleichheit nicht ein Ist-Gleichzeichen ist, sondern zwei Ist-Gleichzeichen. Wie gesagt, wir müssen uns daran gewöhnen, es geht halt leider nicht anders, so wie es hier gemacht ist, ist das hier die Zuweisung, da schafft man den Inhalt von der einen Variablen in die andere hinein bei der Zuweisung beziehungsweise den Inhalt des Ausdrucks hier, das Ergebnis dieser Berechnung, schafft man in diese Variable hinein. Hier unten an dieser Stelle bei dem Gleich oder Ungleich, wir brauchen zwei Gleichheitszeichen, um diesen Vorgang, Vergleich auszudrücken. Das liefert auch wieder eine Null oder eine Eins, das hier, die Zeile möchte ich gleich noch darauf eingehen, das liefert eine Null oder eine Eins. Minus Eins ist immer kleiner als Null, da kommt also True raus. Null ist gleich, beim Vergleich ist gleich Null, da kommt auch True raus, Eins ungleich Minus Eins, da kommt auch True raus. Null größer Eins, da kommt ein False raus und bei Eins größer Zehn kommt natürlich auch ein False raus. Das Ergebnis, was intern berechnet wird, ist eine Zahl, das ist Null und das ist hier irgendwas ungleich Null. Dieser Test auf Gleich und Ungleich, den braucht man ständig. Den brauchen wir zum Beispiel, wenn wir hier so eine Schleife laufen lassen und jetzt, ich könnte auch hierhin nicht statt Rest größer Null, könnte ich auch Rest ist gleich Null, äh, ungleich Null schreiben, hier an dieser Stelle. Wenn er nämlich gleich Null ist, der Rest wollen wir ja aufhören, dann hat ja die eine Zahl die andere geteilt. Bei Gleitpunktzahlen müssen wir etwas vorsichtig sein mit dem Test auf Istgleich. Denn bei Gleitpunktzahlen kriegen wir ein gerundetes Ergebnis, also ein ungefähres Ergebnis, nicht ein gerundetes Ergebnis, ein ungefähres Ergebnis. Da steht dann eben in der Variablen drin, statt Null auch mal Null, 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 Null und dann hinten ein kleiner Einser. Technisch gesehen wird dieser Vergleich, aha, jetzt brauchen wir noch was hier, nehmen wir noch ein Stück Kreide. Technisch gesehen ist eine klitzekleine Zahl eben was anderes als Null. Und wenn wir Gleitpunktzahlen testen, ob sie Null sind, dann müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. und vielleicht müssen wir nicht auf Null testen, sondern auf, das ist was ganz Kleines testen. Deshalb schreibe ich hier, geht oft nicht bei Gleitpunktzahlen, bei Gleitpunktzahlen ist es schlauer, wenn wir irgendwie so ein größer oder ein kleiner einsetzen. In der Mathematikvorlesung, ich weiß nicht, ob es jetzt schon so ist, aber in ein paar Wochen, da wird dann immer gerne gesagt, nehmen wir an, Epsilon größer Null und das Epsilon ist eben was ganz klitzekleines. Und damit wollen wir auch hier an dieser Stelle vergleichen, dass mit dem Epsilon, die Tatsache, dass der Vergleich auf Null bei Gleitpunktzahlen nicht immer richtig funktioniert oder auch auf drei oder sonst was, das bedeutet, es hat keine Unzulänglichkeit der Informatik, sondern eher, es folgt eher aus der Mathematik. aus den Rundungsfehlern beim Rechnen. Ich habe in dieser Tabelle eben auch logische Operatoren gehabt. Mit logischen Operatoren verknüpfen wir und also Bool'sche Variablen, True und False. Also wir machen, wir vergleichen mehrere Bool'sche Variablen zusammen, die wir zusammen verknüpfen mit so einem Operator. Wir können entweder Bool'sche Variablen dafür nehmen oder wir können auch wieder Ausdrücke nehmen, die Bool'sche Werte liefern, die True und False liefern. Und da habe ich hier mal so ein Beispiel hingeschrieben, falls A größer, also hier A größer B und F größer G. Da kann ein True rauskommen und da kann ein True rauskommen, dann ist der ganze Ausdruck True. Da kann ein True rauskommen und hier kann ein False rauskommen, wenn hier ein Un steht, ist der ganze Ausdruck False. 5 größer 3 und 7.3 größer minus 1,2, das wäre dann eben auch True. Ich habe hier das Und mal hingeschrieben in den Kommentar, statt diesen beiden Dingern da. Beim Oder, da reicht es, wenn einer von beiden True ist, damit der ganze Ausdruck True wird. Dieser Ausdruck wird nur False, der hier, der linke Teil, falls beide einzelnen Ausdrücke False sind. Dadurch, dass ich das hier mit Und, mit dem I verknüpfe, wird das I als Bool'scher Ausdruck interpretiert und wenn das I ungleich Null ist, dann kommt da eine True raus und sonst kommt False raus. Das habe ich hier noch das kleinere geschrieben. Das Und hier, das ist, wenn Sie so wollen, stärker als der ganze Rest, aber es kann natürlich in manchen Ausdrücken durchaus sinnvoll sein, wenn man sowas da und sowas hier zusammenfasst. Ich möchte Sie aber bitten, in Ihrem Programm nicht allzu komplexe, solche logische Ausdrücke hinzuschreiben, dann wird es mit dem Verständnis in ein paar Wochen, nachdem Sie es hingeschrieben haben, eventuell schwierig. Ich persönlich, ich bin sogar schon zu dumm für sowas da. Ich schreibe es lieber einzeln auf. If das hier und dann noch weiter unten nochmal ein If und dann wird das zweite dann getestet. Allzu lange logische Ausdrücke, damit fühle ich mich unwohl. Also da muss man die richtige Balance finden. Logische Ausdrücke im Gegensatz zu arithmetischen Ausdrücken. Obwohl man natürlich, naja, das hat uns ja eigentlich der George Buhl schon gezeigt, mit arithmetischen, logischer Ausdrücke ja eigentlich arithmetischer Ausdrücke sind, die können bloß nicht so viele Werte annehmen. Die Zuweisung, über die habe ich auch schon gesprochen, wir haben sie auch schon in dem kleinen Beispielprogramm beim Euclidischen Algorithmus da oben benutzt. Wir haben rechts einen Ausdruck, ich habe hier wieder in spitzen Klammern den Ausdruck geschrieben, das bedeutet, da müssen wir statt Spitze Klammer auf, Ausdruck Spitze Klammer zu, sozusagen wie eine Textersetzung irgendeine Formel reinschreiben. Ich habe die Variable mal links genannt, weil das dann die linke Seite der Zuweisung ist. Zuweisung ist ja auch so ein binärer Operator. Also der Ausdruck wird ausgewertet hier. Der Compiler erzeugt einen Haufen Instruktionen 10, 20, 30, 40, 50, je nachdem wie komplex dieser Ausdruck war. Die führte alle aus, bis ein Ergebnis vorliegt und dann wird das Ergebnis, weil wir hier ein Ist gleich haben, in diese Variable links hineingeschafft, reingeschrieben. Man kann das übrigens auch, das Ganze hat auch ein Resultat, nämlich den Wert von diesem Ausdruck hier, das kann man auch als Bullsches Resultat verwenden und mit 0 oder mit 1 testen. Also auf 0 oder ungleich 0 testen. Und das habe ich ja hier auch geschrieben, falls I, falls, ich weise hier die 0 dem I zu, es kommt übrigens immer was raus, hier kommt immer Forz raus, weil da eben der 0 steht, der Ausdruck wird eben zu 0 ausgerechnet, evaluiert. Und deshalb wird dieses Print hier hinten nie gedruckt, weil 0 ja Forz ist. Was wir hier sehen, ist übrigens ein Programmierfehler. Wahrscheinlich hatte ich hier gemeint, als ich es geschrieben habe, I ist gleich 0, also der Test auf Gleichheit und da hätte ich zwei Ist gleichs hinschreiben sollen. Nein, ich habe den, das ist natürlich absichtlich, so geschrieben, um hier was erklären zu können. Also die Zuweisung, die liefert auch ein Resultat. Das ist der Ausdruck, der rechts von der Zuweisung steht. Na ja, ich ja ganz frei vom Abgelenktwerden bin ich eben nicht, obwohl jetzt hier dann auch noch das geschnitten werden muss aus der Vorlesung, aber so ist es eben. Abgesehen von diesen Zuweisungen mit dem Ist gleich Zeichen, also das rechts nehmen und links reinschreiben, gibt es auch in C, das ist eigentlich nicht nötig, das ist nur komfortabler, gibt es auch in C diese Zuweisung hier, Plus ist gleich. Was wird gemacht? Ich habe es hier nochmal ausgeschrieben, der Ausdruck wird ausgerechnet und dann wird er zur linken Seite dazu addiert, von der linken Seite subtrahiert, mit der linken Seite multipliziert die linke Seite durch den Ausdruck hier dividiert und dann zugewiesen. Ganz nett ist das, wenn wir so Sachen schreiben wie I plus ist gleich 1, dann wird das I um 1 raufgezählt. Ich sage absichtlich ganz nett, denn man könnte es natürlich auch so schreiben, also Variable, ob ist gleich Ausdruck, bedeutet Variable, ist gleich Variable plus Ausdruck und das hier ist natürlich dieselbe. Auch das liefert ein Ergebnis. Warum hat es das im C? Na, weil irgendjemand mal gedacht hat, doch, das ist ganz praktisch und nützlich. Das braucht man nicht wirklich und in vielen Programmiersprachen gibt es das auch nicht. Das Inkrement mit plus plus und minus minus, das möchte ich hier auch erwähnen, das werden Sie in vielen Programmen sehen. Ich will nicht sagen, dass Sie es selber schreiben sollen, aber Sie werden es finden. Das nimmt die Variable hinter dieses Schreiben, also zum Beispiel j plus plus, das nimmt das j, zählt 1 dazu und schreibt es wieder zurück. Inkrementiert. Beziehungsweise, wenn wir das vor die Variable schreiben, dann wird erst inkrementiert und dann ein Resultat zurückgeliefert. Hier wird das Resultat zurückgeliefert, das j, der Inhalt vom j, also das, was in einem Speicherplatz an der Stelle j stand, der Inhalt vom j wird zurückgeliefert und dann danach wird sie noch raufgezählt, die Variable. Hier wird erst raufgezählt und abgelegt ins j und dann wird das, was jetzt da drin liegt in der Variable, als Resultat zurückgeliefert. Man kann das auch mit minus minus benutzen und in der Schleife macht man das gerne. Immer schön runterzählen und irgendwann ist das j mal auf 0 und dann bricht die Schleife hier auch ab. Denn wenn 0 als Resultat rauskommt, ist es falsch und dann hören wir auf. Haben Sie hierzu noch irgendwelche Fragen? Keiner hat auf Stopp gedrückt. Sie können natürlich trotzdem fragen, jederzeit bitte. Ausrufezeichen ist eigentlich die Negation. Und wenn wir das ist gleich negieren, dann wird ungleich getestet. Ich gehe nochmal hier hin zurück. Wo war es denn? Da steht es. Das Ausrufezeichen ist die Negation. Wenn Sie Ausrufezeichen A hinschreiben, dann wird es A genommen und genau umgedreht. Aus True wird Fouls, aus Fouls wird True. Und beim Vergleich auf Gleichheit soll das Ausrufezeichen bedeuten, soll das Ausrufezeichen bedeuten, ungleich. Die Mathematiker schreiben ja gerne für die Negation irgendwie so ein Strich oben drüber über die Variable. Nicht A oder sowas. Weil wir den Strich so schlecht oben drüber schreiben können auf dem Terminal-Window müssen wir es eben davor schreiben mit diesem Ausrufezeichen. Programmiersprachen sind ja genauso gemacht, dass man das mit dem ASCII-Zeichensatz hinkriegt. Mit der Einschränkung auf den ASCII-Zeichensatz. Und deshalb eben solche Konstrukte wie das negierte ist gleich. Um das Gleichheitstest von der normalen Zuweisung unterscheiden zu können, muss man zwei gleich hinschreiben. In anderen Programmiersprachen wird das übrigens durchaus auch anders gemacht. Da ist das ist gleich, das einfache ist gleich, der Test auf Gleichheit und die Zuweisung wird anders geschrieben, zum Beispiel mit Doppelpunkt ist gleich. Pascal, Algol, Modular und so weiter. Hier steht nochmal gleich oder ungleich. Und das Ausrufezeichen ist gleich. Das Ungleich werden Sie wahrscheinlich häufig benutzen können im Verlauf der Übungen und überhaupt des Programmierens, weil man nämlich auf etwas Pointer gerne testet, dass sie nicht null sind. Also, falls dieser Pointer ungleich null ist, möchten wir irgendwas machen. Das Inkrement hier unten, das sehen wir im Wesentlichen bei Schleifen. Im Wesentlichen. Diese arithmetischen Zuweisungen, die sehen wir auch gerne mal in der Gegend. Ich persönlich benutze die nicht so richtig gerne und das hier auch nicht so richtig gerne. Komplett hinschreiben ist ganz gut. Aber wir können es uns nicht aussuchen. Heute ist es so, dass der Informatiker häufig auch Programme von anderen Leuten lesen muss. Also, es geht nicht nur darum, selber konstruktiv Programme zu schreiben, sondern viel von dem, was ich Ihnen jetzt hier erzähle, dient auch dazu, damit Sie anderen Leute Programme lesen können. Wenn wir Open Source hören, heißt das ja nicht nur, dass man sich das Zeug irgendwo besorgen kann, übersetzen kann und laufen lassen kann, sondern es sollte ja eigentlich auch so sein, dass Sie in das Programm mal reingucken, sich davon überzeugen, dass es richtig ist und vielleicht sogar Verbesserungen daran vornehmen. Auf Dauer. Nur auf diese Weise wächst Open Source Software. Also im Sinne von Open Source wollen wir nicht nur lernen, selber Programme zu schreiben, sondern auch Programme anzugucken, um von anderen Programmen zu lernen, beziehungsweise die zu verbessern. Und deshalb möchte ich hier in der Vorlesung auch solche Sachen, die ich selber vielleicht gar nicht schreiben würde, trotzdem erwähnen. Damit wir dann, wenn man mal in so ein Open Source Ding reinguckt, weiß, was gemacht wird. So, als nächstes muss ich noch über die Vorrangregeln sprechen. Wie wird denn so ein Ausdruck, so ein längeres Ding ausgewertet, wenn wir sowas da sehen? Ich würde jetzt auch sagen, an dieser Stelle können wir das nicht noch ein bisschen sortieren, so hinschreiben, dass es deutlich erlesbar ist, aber wenn Sie irgendeine Quelle von irgendjemandem auf der anderen Seite des Atlantiks, Open Source sehen, dann müssen Sie es eben verstehen können, so wie es da steht. Für die Klammerregeln gilt, die Klammer selber hat natürlich den höchsten Vorrang. Und sie gruppiert Formelteile. Zum Beispiel hier will ich erreichen, wenn ich hier a plus b mal c stehen hätte, würde ja eigentlich erst b mit c multipliziert, Punkt geht vor Strich, und dann das a dazu addiert. Hier schreibe ich die Klammern drumherum, damit das hier als Einheit ausgeführt wird und erst später das c dazu addiert wird. Hier wird diese Seite berechnet, dann wird diese Seite berechnet und dann wird der Vergleich durchgeführt. Weil nämlich diese Operatoren solche Vorrangregeln haben. Das Wichtigste oder das, was am stärksten zusammenbindet, was den größten Vorrang hat, das sind die Klammern. Also wird das hier als allererstes Mal gemacht. Dann kommen die unnäheren Operatoren Vorzeichen. Insbesondere. Beziehungsweise sowas wie das Plus, Plus und das Minus, Minus. Dann kommt die Multiplikation, und zwar vor der Addition. Dann kommen die relationalen Operatoren. Dann kommt das bitweise und oder, das logische und oder, und dann kommen Zuweisungen. Die Zuweisungen werden als allerletzte ausgeführt. Hier würde also auch erstmal 3 plus 1 gerechnet und 8 minus 4 gerechnet, dann hätten wir hier 4 stehen, und hier auch 4 stehen. Wenn wir 4 durch 4 dividieren, kommt 1 raus und dann ziehen wir da noch 5 von ab. Minus 4, dann minus 3 dann insgesamt. Vorsichtshalber ordentlich Klammern reinschreiben zum Strukturieren, auch wenn wir nicht so genau wissen, was, auch wenn wir sonst vielleicht richtig aufgeschrieben hätten. Ja. Also die Frage war, was ist der Unterschied zwischen bitweisem und logischem und. wenn ich zwei Bitketten habe, nehmen wir mal Variablen vom Typ Charakter, dann steht ja da, zum Beispiel bei einem großen A, hätten wir stehen 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Und das große B, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Diese beiden, die kann ich jetzt mit einem Und verknüpfen. 1 und 0 ist 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Das wäre ein bitweises Und. Und bitweise Oder kann ich auch machen, da käme ich hier hinten das da raus. Das, wenn Sie es so sehen können. Klapp. Das logische Und, das wird bei Bool'schen Variablen gemacht, beziehungsweise bei den Resultaten von solchen Vergleichen. Da kommt ja nur noch True und False raus. Und, naja, gehen wir hier hin zurück. Das da. Hier haben wir True und False, hier haben wir True und False und das hier produziert dann den den logischen Vergleich, der logische Operator. Okay? So. Batterie fast leer. Also wir haben diese Vorrangregeln, hier links, was zuerst ausgewertet wird, wenn wir so eine Formel ansehen. Da gibt es übrigens auch noch die Sache mit der Assoziativität. Die Klammern, also von links nach rechts, bei Unäheren Operationen rechts, stehend vor links und so weiter. Naja, das muss man muss man das wissen. Ich glaube, wenn man sich zusammenreißt und seine Formel schön strukturiert mit Klammern, dann braucht man es nicht so dringend zu wissen. Man muss es in dem Augenblick wissen, wo irgendwelche Formeln da stehen, die man nicht richtig kapiert, bei denen man mit dem Verständnis leichte Probleme hat, da muss man sich vielleicht diese Tabelle rausziehen. Aber diese Tabelle, die finden wir auch im Internet, die finden Sie natürlich auch in der Vorlesung, da ist es ja, so dass Sie das dann mal nachschauen können, wenn Sie es brauchen. Jetzt haben wir noch eine ziemlich technische Folie hier. Diese ziemlich technische Folie, die beschäftigt sich mit der Wirkung der Operatoren auf verschiedene Typen. Als oberstes habe ich geschrieben, ich mag ein Integer haben, das nenne ich J. und dem weise ich eine 5 zu. Okay, als klar. In dieser Integer Variablen, da steht jetzt also tatsächlich irgendeine Bitkombination drin, wie ich mir das vorstelle, lauter Nullen und dann 1, 0, 1. Das ist diese Variable J. Wenn ich hier schreibe Float F ist gleich 5, dann passiert da schon ein Typecast. Der Compiler sieht, ich habe ein Integer literal hingeschrieben, die 5. Jetzt muss er aber da draußen ein Float machen. Das heißt also, er muss in Wirklichkeit 0,5 mal 10 hoch 1 draus machen und dann diese 0,5 muss man natürlich in Binär machen und so weiter. Also der muss hier aus dem 5 eine Floating Point Zahl machen. Hier passiert genau das, was wir uns denken. Wenn ich schreibe, ich habe hier eine Variable vom Typ Integer, ein Int habe ich das jetzt genannt, ein Integer. und der weise ich zu, J dividiert durch 2. Und das J, Sie sehen es hier oben, das war 5. Also da kommt 2,5 raus. Aber natürlich wird abgeschnitten. Die Variable hier links ist ja ein Integer und kein Float. Also muss gerundet werden. Es steht das Resultat nicht 2,5 drin, sondern es steht das Resultat 2 da drin. Wenn ich aber hier eine Variable mit ein Float habe und hier einen F und das durch 2 dividiere, dann steht hinterher im Ein Float 2,5 drin. Soweit, so gut. Das verstehen wir, oder? Pro Teste. Und jetzt gucken wir uns die nächste Zeile an und da gucken wir blöd. Hier steht ein Float, ergibt sich zu J, also auch 5 durch 2 und wenn wir nachschauen, steht in dem Ein Float 2,0 drin. Also ich gucke jetzt einen Augenblick lang blöd und überlege mir, Sie natürlich nicht, und dann überlege ich mir, warum ist denn da 2,0 drin und warum steht da nicht 2,5 drin? In einem Float wäre doch massenhaft Platz für dieses 0,5. Einverstanden? Sollte da 2,5 drinstehen? Warum steht es nicht drin? So ein Ausdruck, wie es hier auf der rechten Seite steht, der hat auch einen Typ. Und der Compiler sieht, ich benutze da ein Integer, das J, und noch ein Integer, den Zweier. Ich will also offensichtlich in Integer rechnen. Dieser Ausdruck ist also ein Integer-Ausdruck und er wird, nachdem die Rechnung gemacht worden ist, wieder als Integer abgeliefert. Und Integer ist eben Nummer 2. Nachdem hier 2 steht und das hier ein Float ist, wird aus dem Zweier ein 2,0 gemacht und das wird in das Float hineingeschrieben. Was macht man jetzt? Ich will hier in diesem Ein Float tatsächlich meine 2,5 drinstehen haben und deshalb muss ich an dieser Stelle, wenn ich das haben will, wie wir es uns vorstellen, wenn da 2,5 hinterher drinstehen soll, muss ich schreiben Ein Float ist gleich j dividiert durch 2,0. Jetzt sieht der Compiler ein gemischter Ausdruck, der hat da einen Float drin und der hat da einen Integer drin. Also rechne ich das ganze Ding in Float, kriegt einen Float raus, 2,5 und das brauche ich nicht zu kompetieren, sondern ich kann es einfach hier hinschreiben und wir würden dann in dem Float das 2,5 stehen haben. Hier wird dieser Ausdruck auf der rechten Seite zum Float-Ausdruck, deshalb, weil eine der Variablen ein Float war. Hier wird der Ausdruck nicht zu einem Float-Ausdruck, sondern er ist ein Integer-Ausdruck und Integer-Ausdrücke haben halt keine Nachkommastellen. Und hier wird er wieder zu einem Float-Ausdruck durch den Punkt, den ich da hinschreibe. Ausdrücke haben einen Typ. Das wollen wir uns merken. Sind typisiert. genau das hier ist übrigens eine Falle, in die man beim Programmieren manchmal hinein stolpert. Ich habe es aber nicht hier erzählt, weil es eine Falle ist, sondern weil ich das Konzept Typ des Ausdrucks klar machen wollte. Ja, noch so ein paar Kleinigkeiten hier in dieser Sammelkiste hier. Ich finde diese Schreibweise, das aktuelle Zeichen, also eine Variable, die ich vereinbart habe, die aktuelle Zeichen heißt, das aktuelle Zeichen sei Name an der Stelle Index und danach wird der Index noch eins hochgezählt, das er also auf den nächsten Buchstaben zeigt. Das finde ich eigentlich ganz elegant. Ich finde auch sowas elegant, wenn wir summieren wollen, also hinter dieser Formel steht ja irgendwie ein Summenzeichen oder sowas. Summe ergibt sich zu Summe plus Element. Das finde ich auch nett. Summe plus ist gleich Element. Das ist durchaus elegant, wenn es in einem Programm drin steht. Das hier ist schon ein bisschen kryptisch. Was steht denn hier? Hier wird als erstes das C dem B zugewiesen. Das Resultat von dieser Zuweisung ist übrigens auch der Wert vom C und das wird dann noch ins A zugewiesen. Bei der Zuweisung ist die Reihenfolge der Assoziativität von rechts nach links. Also wir machen erst die rechte Zuweisung und dann die linke Zuweisung. Das rechts assoziiert stärker als des links die Zuweisung. Das hier, das sieht harmloser aus, als es ist. hier wird nicht verglichen oder erst hinterher. Hier wird der Inhalt von B genommen, ins A reingestopft und dann wird geguckt, ob es B gleich 0 ist oder nicht. Wenn es B gleich 0 ist, haben wir Forts, sonst haben wir True. Hier steht keineswegs der Vergleich, ob A identisch ist mit B. so ist halt eben. Manche Leute freuen sich wie die Schneekönige, wenn sie sowas programmiert haben. Ich finde es gruselig, denn ein halbes Jahr später weiß man in der Regel nicht mehr, was man da getrieben hat. Und ich möchte sie auch bitten, sowas da nicht zu schreiben. Das ist durchaus unklar, was da rauskommt und implementierungsabhängig. Das heißt, wenn man sowas da schreibt, kann es passieren, dass es läuft, es kann aber auch sein, dass es nicht läuft, so wie Sie sich es vorstellen. Irgendwas läuft immer. Aber es ist die Frage, ob es das ist, was Sie sich wünschen. Was hier gemacht werden würde, insbesondere also dieses J hier, das wird ja nach dem, was geholt haben, aufgezählt. Und jetzt ist die Preisfrage, holt er sich erst den Teil hier, holt sich dann das J und addiert hinterher, inkrementiert hinterher, dann stände ja im X J Quadrat drin. Oder holt er sich das J, inkrementiert und holt sich dann dieses J, dann stände hinterher im X J mal J plus eins. Antwort vielleicht. Und das hier, das ist auch so eine Geschichte. 3,5 sollen hier in das Integer reingeschrieben werden, wird also eigentlich gerundet und dann das Resultat hier rein oder vielleicht auch nicht und das Gegenteil davon, man weiß nicht, was da da steht, ein Compiler macht was und der andere macht es vielleicht anders und wir können es nicht darauf verlassen. Das ist das Problem. Ja. Ja, klammern könnten sie es. Was würde da in dem Ja, wahrscheinlich schon. Also die Frage war, kann man das klammern und dann ist eindeutig. Also mein Vorschlag bei der Geschichte ist, hinschreiben, ein Integer ergibt sich zu 3,5 Strichpunkt und dann eine zweite Programmzeile. Dann steht da, was gemacht wird und das ist eigentlich das, was wir wollen, dass wir vorgeben, was gemacht werden soll. Klammern müssten sie eigentlich auch tun, gell? Aber eigentlich möchte ich der Frage gar nicht nachgehen. Eigentlich möchte ich einfach das hinschreiben, was ich will und das ist 3,5 in dieses Integer reinpacken, da steht hinterher 3er drin. Und dann können sie sich überlegen, was sie mit dem Float wirklich haben wollten und das auch explizit hinschreiben. Also diese hier bitte nicht und hier bei dem oberen da mit dem j und dem j++ das will wir ja schon gleich gar nicht. Wetterfest programmieren das ist mein Vorschlag als Antwort. Also genau hinschreiben das, was man haben will. Und dann können es die anderen Leute auch richtig lesen. So, jetzt haben wir auf den vergangenen paar Folien über Formeln und Zuweisungen gesprochen. Als nächstes möchte ich das, was wir machen, verallgemeinern und zu dem Begriff Ausdruck Statement kommen. Also Anweisungen zu Anweisungen Statements kommen. Ein Ausdruck die wir bisher hatten können Anweisungen sein. Und das sind gültige Anweisungen sind okay. Die mögen wir auch. Es gibt aber noch ein paar weitere. Es gibt die Selektion wenn ich jetzt hier klicke sollte ich auch da hinspringen können. Wie komme ich jetzt zurück? Es gibt die Iteration und es gibt die Sprünge gar nicht so viele. Weitere Anweisungen Statements sind das Inkrement oder und jetzt kommt wieder so ein Informatik Klassiker die Klammern die mehrere zusammenfassen zu einem ein Block die geschweiften Klammern die machen aus mehreren Statements die hintereinander stehen mehreren Anweisungen eine Anweisung das macht die Beschreibung sowas so eine Möglichkeit das zusammenzufassen diese Blockbildung macht die Beschreibung von Programmen von Programmiersprachen Syntax viel einfacher und uns erlaubt sie Sachen zusammenzufassen das hatten wir in der Funktion die Funktion ist nämlich eigentlich die Deklaration und unten drunter ein einziges Statement eine einzige Anweisung weil wir solche geschweiften Klammern hinmachen können wir mehrere drin haben mehrere Anweisungen drin haben also das hilft uns wieder kompliziertere Sachen auf einfache Sachen zurückzuführen deshalb sage ich ein typischer Informatiker mehrere Statements zusammenfassen und mit Klammern zu einem Block machen das ist eine Anweisung das Inkrement ist eine Anweisung die 3 hier ist eine Anweisung und solche Ausdrücke also eine Anweisung hier habe ich die Anweisung a ist gleich 7 Strichpunkt es wird 7 in die Variable a reingelegt die Anzahl gedruckter Zeichen ist gleich das Ergebnis von dem Print F das Print F liefert übrigens auch ein Ergebnis zurück diese Funktion ich hatte Ihnen das ja schon angedroht nämlich die Anzahl Zeichen die ausgedruckt worden sind Zählen machen sie jetzt mal selber hier und hier nehme ich die Anzahl der gedruckten Zeichen und addiere sie zur Gesamtzahl Zeichen die ich bisher gedruckt habe dazu und falls die Gesamtzeichen Größe 80 sind drücke drücke ich eine neue Zeile damit ich nicht so am rechten Rand rausdrucke naja jetzt müsste ich auch noch die Gesamtzahl Zeichen wieder auf 0 zurücksetzen das habe ich dann nicht gemacht sollte ich vielleicht noch all das klammere ich mit den geschweiften Klammern zu einem hier vereinfacht aufgeschrieben in so einem Block kann ich übrigens auch noch ein paar Variablen vereinbaren ich könnte also hier oben auch Integer A ist gleich 7 schreiben oder Integer B einfach mal vereinbaren Integer C einfach mal vereinbaren das hier ist übrigens auch ein Statement eine Anweisung falls A größer B ist dann wollen wir dieses Statement ausführen sonst wollen wir dieses Statement ausführen können in dem If nur ein einziges Statement drin stehen die formale Antwort ist ja die eigentliche Antwort ist wir schreiben hier geschweifte Klammern hin und können ganz viele so viele wie wir wollen reinschreiben in das If und auch nochmal ins Else geschweifte Klammern ganz viele Statements geschweifte Klammern zu weil die geschweiften Klammern aus vielen Statements einen Block machen das ist auch wieder ein Statement ich gucke zwischendurch noch mal wieder nach ob die Geschwindigkeit richtig oder falsch ist Sie können auch wenn Sie wollen da angeben dass die Geschwindigkeit grad richtig ist nur so um mich hier ein bisschen zu unterstützen ja ich hatte hier gesagt die Selektion ist wieder so eine Anweisung die Iteration und die Sprünge und die müssen wir jetzt abarbeiten als erstes die Selektion ich nenne das das Kapitel das Unterkapitel hier in der Vorlesung die Verzweigung äh Entschuldigung Kontrollfluss und insbesondere die Verzweigung ich habe hier auch diese Diagramme gefallen mir irgendwie so gut manchmal nennt man die auch Eisenbahn Diagramme ich habe hier so ein Diagramm gemalt um klar zu machen wie so eine Verzweigung aussieht die Verzweigung die brauchen wir unbedingt zum Programmieren ohne wird es richtig schwierig wir werden das dann bei den Turing Maschinen sehen dass man so etwas wie eine Fallunterscheidung schon braucht und die Iteration braucht man sonst klappt es nicht also so eine Verzweigung die beginnt mit dem schlellen Schlüsselwort if dann kommt eine Klammer auf und eine Klammer zu und hier steht ein bullscher Ausdruck der bullscher Ausdruck ist zum Beispiel a größer b wenn das hier true ist wenn das a also wirklich größer als das b ist dann wird dieses Statement ausgeführt und sonst falls das a also kleiner oder gleich dem b ist wird das hier ausgeführt oder gar nichts wenn gar nichts dasteht hier habe ich falls das a größer als das b ist dann ergibt sich das Maximum als das a und sonst ergibt sich das Maximum als das b so wie man sich vorstellt die größere Zahl von beiden raussuchen klappt auch was ich hier geschrieben habe oder falls das b größer als das a ist dann will ich die beiden gerade tauschen das b ins a reinstecken und a ins b reinstecken warum ist das so kompliziert was da steht falls das b größer als das a ist will ich doch genau das hier haben sollte doch so einfach gehen wozu brauche ich noch dieses blöde zusatz variable swap ich brauche eine dritte Hand zum tausch sonst wird eigentlich geschummelt wenn ich jetzt Kreidestückchen hätte Moment wenn ich Kreidestückchen hätte und ich will den Inhalt hier austauschen den Inhalt meiner Variablen austauschen dann kann ich natürlich das hier hochwerfen und so habe ich das ausgewechselt was ich eigentlich brauche ist ein Stück Speicherplatz hier hinlegen nehmen und das hier nehmen ich brauche zum Tauschen von zwei Variablen einen Zwischenspeicher und das steht da mit dem swap und jetzt sehen Sie warum ich es mit der Fernbedienung nicht gemacht habe und meinem Laserpointer hier weil ich nichts kaputt machen will also falls b größer als a ist das a in swap reintun dann überschreibe ich mit dem b das a der alte Inhalt vom a ist weg und dann nehme ich das swap und schreibe das was vorher in dem a war was aber jetzt schon längst weg ist ins b hinein hier habe ich für beide Fälle was zu tun weil ich mir hier das Maximum der beiden Zahlen besorge an dieser Stelle habe ich nicht in beiden Fällen was zu tun Ich will nur austauschen wenn das b größer als das a ist wenn das a kleiner gleich dem b ist will ich nicht austauschen brauche ich also auch nichts zu machen dann fällt dieser else zweig weg und das werden wir in Programmen ganz häufig sehen dass es nur den den zweig gibt wer hat Lust zu fragen ob es auch einen Fall gibt dass es nur den else zweig gibt Antwort was mache ich denn dann ich drehe hier den Test um also wenn ich hier den Fall hätte dass ich nur tauschen will wenn das a größer als b ist und sonst nicht tauschen will dann müsste ich halt den Test umdrehen und dann steht es auch da was ich brauche also wir können es darauf beschränken den Fall zu untersuchen dass wir nur das denn ausführen wollen und das else eigentlich weglassen können hier unten lassen wir auch das else weg hier rechnen wir das Entschuldigung hier lassen wir das else weg falls der divisor gleich 0 ist machen wir eine Ausgabe so geht es nicht und andernfalls machen wir die Rechnung hier habe ich mir übrigens das Ganze etwas leichter gemacht als es scheint denn nur ausgeben da hat wohl was nicht geklappt reicht nicht wir müssten ja auch dann in das Quotient irgendwas Vernünftiges reinschreiben und 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 zumindest haben wir hier erreicht dass nicht ein kleines Kästchen auf dem Bildschirm erscheint illegal operation program aborted das ist ja auch schon was verzweigungen wir brauchen sie aber sie sind eigentlich ganz ganz einfach und damit es nicht zu einfach wird möchte ich noch ein bisschen nachlegen dieser bullsche ausdruck der hier steht bullion expression das ist ein ganz normaler ausdruck da kommt eine zahl raus und die zahl die ist true falls das resultat ungleich null ist das ausrufe zeichen hier das ist nur so zur verstärkung der aussage falls das resultat ungleich null ist es true was ich hier geschrieben habe a minus b das klappt auch das printf wird nur ausgeführt falls das a ungleich dem b ist falls da was raus kommt was nicht null ist es kann negativ sein es kann positiv sein egal es ist nicht null und dann wird das da hinten gemacht und jetzt wird auch klar warum das hier so häufig in Programmen zu finden ist und warum es trotzdem ein Fehler ist wenn ich schreibe if a ist gleich null a ist gleich null das Resultat von der Bullschen Expression in den Klammern ist null und null ist false das heißt das was da hinten steht wird nie gemacht und das ist genau das was ich nicht will denn ich will ja eigentlich was machen falls das a gleich null ist deshalb damit das hier richtig funktioniert müssen 2 ist gleich da stehen ein Test auf Gleichheit und fb gleich 5 ist immer wahr wird immer ausgeführt auch wenn b 37 ist auch Mist also bitte vorsichtig sein hier mit diesem Ausdrücken mit dem was sie in der Bullschen Expression drin stehen haben Besser ist es das voll auszuschreiben ich finde sogar das hier irgendwie Mist schreiben sie lieber a größer b oder a ungleich b dahin und hier bitte den ganzen Test oder am besten noch ein größer gleich oder sowas der nächste Punkt den ich hier habe die zeichnung ist ein bisschen klotzig groß das zweite ist geschachtelte if anweisungen geschachtelte verzweigung was ich machen möchte ist das Minimum von a b und c zu berechnen das hier ist also eine Funktion ich stecke drei Integers rein das Integer a das Integer b das Integer c hier die Parameter und ich möchte eins zurückgeben und zwar das Minimum von denen also teste ich falls a kleiner als b ist dann ist b also größer als a dann muss ich nur noch um das Minimum zu finden das a mit dem c vergleichen also falls a kleiner als c ist das a zurück geben sonst ist ja wohl c das kleinste und wir geben das c zurück andernfalls wenn wenn also a größer als b ist vergleichen wir b mit c wenn b kleiner als c ist geben wir b zurück sonst geben wir c zurück ich habe das hier nochmal aufgezeichnet damit klar wird was hier getrieben wird und Sie sehen hier diese Fallunterscheidung in jedem der vier Fälle geben wir was zurück das a das c oder das b oder das c was wir hier auch noch schön sehen können ist wie macht eine Funktion Feierabend und was gibt sie zurück mit dem Return sagen wir Funktion bitte Feierabend machen und auf dem Weg nach Hause liefer bitte das a als Resultat ab hier Feierabend machen der Rest wird nicht mehr ausgeführt c abliefern und genauso hier unten das Return beendet die Funktion und gibt die Variable das Literal den Ausdruck der hinter dem Return steht zurück also hier beobachten wir dann gleich vielleicht noch ein paar mehr Sachen nicht nur das if die Verzweigung hier geschachtelt sondern auch noch das Return Return bringt die Ausführung der Funktion zum Ende natürlich kann ich auch sowas hier schreiben wenn ich mehr als zwei Fälle habe nehmen wir mal an ich habe hier die Aufgabe je nachdem wie die Eingabe war irgendwelche Zahlen zurück zu liefern was das Ding hier macht ist es bildet Buchstaben auf Zahlen ab falls der Benutzer ein A eingetippt hat den Buchstaben A eingetippt hat große A soll 1 zurückgegeben werden wenn man nicht und dann wird auch hier gleich Feierabend gemacht falls die Eingabe ist gleich ist gleich wenn großes A war soll 1 zurückgegeben werden andernfalls falls die Eingabe ein großes B war 2 andernfalls falls die Eingabe ein großes C war Feierabend und 3 andernfalls falls die Eingabe ein großes D war 4 zurückgeben und Feierabend und sonst Feierabend machen und Minus 1 zurückgeben Minus 1 ist dann der Fehler der der meine Funktion Fallunterscheidung aufgerufen hat kriegt also dann entweder 1, 2, 3, 4 raus oder eine Minus 1 in der Fehlersituation ja ich gehe mal lieber darüber ich habe es nicht ganz verstanden wenn Sie es bitte nochmal sagen ich habe es immer noch nicht verstanden tut mir leid und der und den der diese Funktion aufruft also die Frage war ich wiederhole es nochmal die Frage war an wen wird das zurückgegeben und wenn ja wo sehe ich es die erste Antwort ist an den der sie aufgerufen hat dazu hole ich jetzt noch einen Augenblick aus so eine Funktion die schreiben wir in unserem Programm irgendwo hin wir deklarieren sie dann steht es so da wie ich das hier hingeschrieben habe jetzt wird die Funktion noch überhaupt nicht benutzt die steht nur einfach da in ihrem Programm ob sie die da haben oder nicht macht im Augenblick noch keinen Unterschied nur Fingerübungen bisher der Augenblick wo das benutzt wird die Funktion ist zum Beispiel ich schreibe hin Ergebnis ist gleich Fallunterscheidung das Ergebnis ist gleich ich rufe mal meine Funktion auf mit diesem Parameter ich könnte übrigens auch hier ein großes B einfach reinschreiben jetzt wird dynamisch das heißt zur Programm Ablaufzeit wenn das Programm läuft die Funktion Fallunterscheidung aufgerufen und das B als Buchstaben übergeben der testet dynamisch während dem Ablauf erst mal ob die Eingabe ein A war nein dann geht er in den L's Fall war die Eingabe ein B ja er geht in diesen Toolfall und gibt 2 zurück jetzt steht das 2 in dem Erg drin und noch wir sehen nichts auf dem Bildschirm wir sehen was auf dem Bildschirm wenn dahinter Ergebnis Prozent D Komma Erg hier sehen wir was auf dem Bildschirm das hier produziert ein Stück Text am Bildschirm das hier ruft die Funktion die ich hier hingeschrieben habe mit dem als Parameter auf und liefert naja da kommt was raus zum Beispiel hier wir müssen mit B aufrufen eine 2 und dann steht hier die 2 drin in dem Erg im Speicher irgendwo und hier wird sie sichtbar an dieser Stelle sehen wir hier den Bildschirm und da steht dann Ergebnis 2 2 danke für die Frage das war eine gute Frage und das war die richtige Frage an der Stelle das hier wenn ich so eine Funktion hinschreibe ist eine Deklaration wenn ich sie aktuell aufrufe also so hinschreibe wird es durchgeführt aufgeführt das was hier drin steht und dann läuft diese if Kaskade und ausgedruckt ist es noch lange nicht ausgedruckt wird es erst wenn ich hier in Printf hinschreibe also wie eine Funktion aufrufe mit dieser Zahl hier als Parameter jetzt gucke ich nochmal in die Runde und schaue noch ob jemand hier auf Stop rumgedrückt hat aber nein die die weg gucken meinen sie nicht verstanden soll ich mal zählen wie die weg gucken wir werden das noch häufiger haben dass wir so eine Funktion aufrufen da wird es auch schon nochmal ein bisschen klarer hoffe ich an dieser Stelle war es auch schon gut dass ich es erklären konnte aber das da müssen wir schon noch häufiger mal dran vorbeikommen ich habe jetzt eine einfache Verzweigung gehabt und weil uns das zu einfach war haben wir es ein bisschen kaskadiert es gibt noch eine andere Sorte von Verzweigung Mehrfach Verzweigung man könnte auch anständig programmieren ohne solche Mehrfach Verzweigung aber die Mehrfach Verzweigung machen es bequemer und es steht auch hinterher klarer da was man macht die Mehrfach Verzweigung geht los mit dem Schlüsselwort Switch was ich hier so blau unterlege damit ist eben das Schlüsselwort Switch gemeint dann kommt eine Klammer auf dann kommt ein Ausdruck Ausdrücke haben Zahlen als Ergebnis oder Buchstaben als Ergebnis oder True und False als Ergebnis oder Floats mit Floats geht diese Mehrfach Verzweigung naja auch aber nicht so schön eigentlich Klammer zu jetzt haben wir hier was ausgewertet diesen Ausdruck und haben ein Unterscheidungskriterium in der Hand und mit dem Unterscheidungskriterium gehen wir dann hier rein was in den geschweiften Klammern steht falls dieser Ausdruck das hier ist wollen wir dieses Statement ausführen oder hier das Case mit dieser Expression in den Doppelpunkt können wir jetzt 3, 4, 5, 6, 7, 8 27, 135 verschiedene schreiben sinnvoll ist 3 bis 20 unterschiedliche Fälle zu haben danach wird es ein bisschen unübersichtlich falls es keiner von diesen Ausdrücken war gleich kommen Beispiele haben wir noch etwas das ausgeführt wird wenn es eben keiner war keiner von denen hier war und da gibt es auch wieder ein paar Statements und dann ist es zu Ende das habe ich schon erzählt am Beispiel kann man es gut erkennen Beispiel zusammen mit diesem mit dem Diagramm wir schreiben also ich habe jetzt mal wieder eine Funktion hier hingeschrieben die Funktion soll rechnen da stecke ich das Double Operation rein Operant rein Operant 1 einen Operator also Plus, Minus, Mal und dividiert und noch ein Double Operant 2 und raus kommt ein Double ich nehme den Operator und benutze den hier zur Unterscheidung wenn der Operator ein Plus war gebe ich Ob 1 Plus Ob 2 zurück als Funktion dann macht die Funktion an dieser Stelle Feierabend berechnet noch schnell Ob 1 Plus Ob 2 Die Summe steht dann hier drin und der Aufruf ist natürlich ungefähr so wie das da Falls der Operator ein Minus war machen wir das Falls der Operator ein Mal war machen wir das Falls der Operator ein Dividier war machen wir das und eben wenn da keiner von den Vieren war weder ein Plus ein Mal ein Minus oder ein Dividiert dann geben wir eine Fehlermeldung aus Falls wir das ausgeben müssen wir übrigens den 0 zurückgeben Unsere kleine Rechenfunktion hat also einen entscheidenden Nachteil wenn das Ergebnis 0 rauskommt wissen wir nicht ob der Operator nicht akzeptiert wurde oder ob wir wirklich 5 minus 5 geschrieben haben aber das nehmen wir jetzt mal in Kauf ich habe das hier hingeschrieben damit wir sehen was das Switch so treibt das Case hat eine kleine Macke die man erklären muss weil man es dummerweise braucht und weil man sie werden dann gleich sehen weil man noch was anderes braucht um dieses Problem zu lösen und das ist folgendes wenn wir in diesen Fall vom Case hier reingegangen sind dann wird das was danach kommt auch noch ausgeführt wenn wir also wenn das Ob Operator hier in Minus war dann vergleich den Operator auf Plus nein machen wir nicht auf Minus das machen wir Ergebnis ist gleich Operation Operant 1 minus Operant 2 und dann macht er das hier noch das hier noch und druckt auch noch den Fehler raus und gibt das Ergebnis zurück das ist entweder 0 oder das letzte hier denn das anderes rechnen wir daher nicht aus also es ist unbefriedigend das hier ist klar noch falsch hier oben klappt das weil er die Funktion abbricht in dem Augenblick wo wir das hier machen die obere Funktion ist sauber die unsere nicht die müssen wir reparieren ich habe es hier nochmal grafisch aufbereitet was passiert der Switch nimmt diesen Ausdruck da wertet ihn aus vergleicht ihn mit den Fällen den sogenannten Case Labels das hier nennt man auch Case Labels also Case Etiketten Label Etikett Aufschrift und so weiter vergleicht ihn mit den Case Labels das erste macht er nicht das zweite macht er nicht das dritte macht er das vierte und das fünfte wir müssen das also unterbinden dass er im Case hier den Rest auch noch macht und deshalb schreiben wir hier im dritten Fall die Statements hin die wir gemacht haben wollen und etwas das heißt Break rausspringen hier unten habe ich ein vernünftiges Beispiel hingeschrieben switch Eingabe Case Label A wollen wir zum Beispiel diese Funktion aufrufen und danach Feierabend machen rausspringen das Break springt aus dem Block hier hin Case B dann wollen wir beenden aufrufen und rausspringen hierhin Case D wollen wir drucken und rausspringen hierhin und sonst wollen wir ausgeben fehlerhafte Eingabe hier unten an diesem kleinen Beispiel können Sie übrigens auch sehen wozu das Case gut ist um Eingaben auszuwerten ich mache eine Ausgabe Print F was möchten Sie jetzt machen was lieber Benutzer möchten Sie jetzt machen wenn Sie die Funktion ausführen wollen dann tippen Sie bitte in A wenn Sie das Programm beenden wollen tippen Sie bitte in B und wenn Sie das Resultat der schönen Berechnung ausdrucken wollen tippen Sie bitte in D dann frage ich ab diese Eingabe da also Scan F Ampersand Eingabe und dann gehe ich hier rein in dieses Switch und je nachdem ob er ein A B oder ein D getippt hat mache ich das was da zu machen ist sonst sage ich ihm dass mir die Eingabe nicht gefallen hat unserem Benutzer und fange wieder von vorne an frage wieder ab was willst du jetzt machen das Break beendet den gegenwärtigen Block geht aus dem Switch raus und hier unten hin ich habe in beiden Fällen muss ich gucken dass ich aus dem Case an der richtigen Stelle hier raus komme da mache ich es mit Return hier mache ich es mit Break hier könnte ich überall noch einen Break hinten dran schreiben und schon wäre es auch wieder richtig so wie ich es hier gemacht habe Sie werden sich jetzt vielleicht fragen welcher jetzt kommt ein Schimpfwort das blenden wir aus wer hat sich denn das einfallen lassen lassen es gibt es gibt wohl Fälle in denen das nützlich sein kann dass man das macht und dann alles was da drunter kommt und wenn ich mich brav hinsetze und mir eine volle Stunde Gedanken machen dann kriege ich vielleicht sogar ein brauchbares Beispiel im richtigen Leben aber es ist eben so manchmal muss man was mit was leben was einem vielleicht nicht gefällt ich habe jetzt also hier nochmal dieses Beispiel von oben die Taschenrechner Funktion evaluate vernünftig aufgeschrieben also Double Operator 1 Double Operator 2 und dazwischendrin dieses Symbol für den Operator aufgerufen wird das evaluate zum Beispiel mit Ergebnis ist gleich evaluate Das ist das Z ob 2 ist das Y das hier ist jetzt das Mal also wir der Operator ist das Mal zeichnet das Sternchen wir gehen hier rein rechnen ob 1 mal ob 2 das ist das Ergebnis dann Break das Break springt raus und Ergebnis ist das steht jetzt hier nicht mehr hingeschrieben das Ergebnis ist dann das hier oh hier sollte ich eigentlich noch eine Zeile einfügen ist irgendwie verloren gegangen Return Ergebnis hier unten da dazwischen sollte ich noch Return Ergebnis hinschreiben und das werde ich noch gleich nachher reparieren also an dieser Stelle da wollen wir natürlich noch Ergebnis zurückgeben hier unten habe ich das einfache Menü nochmal so wie oben bitte wählen Sie S für sichern Datei sichern L für Datei laden N für Datei neu anlegen dann hier besorge ich mir die Eingabe vom Benutzer der tippt also auf eine Taste drauf und jetzt falls der ein großes S oder ein kleines S dazu brauche ich zwei Case Labels getippt hat dann rufe ich meine Funktion Save File auf und spring raus sonst rufe ich die Funktion Load File auf und spring raus und sonst rufe ich die Funktion New File auf und wenn er keines von diesen hier getippt hat dann mache ich gar nichts so programmiert bei Menüs der Benutzer gibt was ein wir haben einen Switch zur Fallunterscheidung was er eingetippt hat und das ist der die Hauptanwendung von dem Switch sind auch solche Menüs damit bedanke ich mich für ihre Geduld und auch die Geduld die sie mit den mit der herumwandernden Kamera gehabt haben vielleicht haben sie ein bisschen Spaß gehabt und beim nächsten Mal nächsten Dienstag morgens um Viertel nach neun da haben vielleicht ein paar mehr von ihnen noch die App auf dem Smartphone drauf entweder auf dem Android oder auf dem IOS und sie können mir sagen ob die Geschwindigkeit okay ist oder nicht ich bedanke mich und wünsche noch einen schönen Abend nicht scharfen aber noch einen den m hat es ist nicht haben Vielen Dank.